Hi, ich bin Trude von Literaturpower und ich arbeite auch freiberuflich als Social Media Managerin für den Äquatokind Verlag und darf euch hier heute bei Geniallokal unsere Erstveröffentlichung vorstellen. Das ist dieses wunderschöne Buch hier vom Libellenflug, eine Geschichte über den Mut, geschrieben von Matthias Hübener. Und worum geht es in diesem Roman? Es geht um Ariane, die schon sehr, sehr früh ihre Mutter verloren hat und nun auch vor ihrem 18. Geburtstag ihren Vater verliert. Dieser hinterlässt ihr ein Rätsel und schickt sie damit auf eine ganz besondere Weltreise. Und ich muss sagen, dass es mich selbst beim Lesen auch total mit Freude und Neugier erfüllt hat, Ariane auf dieser Weltreise zu begleiten. Und ganz im Sinne des Buches ist es eben eine Geschichte, also des Untertitels, ist es eben eine Geschichte über den Mut. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist auch eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, über Verantwortung und auch ganz viel Lebensfreude. Und in diesem Sinne ist es ein absoluter Wohlfühl-Roman, den ich wirklich empfehlen kann. Du kannst vom Libellenflug eine Geschichte über den Mut bei deiner lokalen Buchhandlung bei Genial Lokal bestellen. Du kannst es dort kaufen und somit eben den lokalen Buchhandel unterstützen.